Hallo alle zusammen, ich freue mich total, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Laura Kraft. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen. Ich promoviere im Fach Literaturwissenschaft und ich komme aus dem KV Siegen-Wittgenstein. Dort bin ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion und bei der Kommunalwahl habe ich für unseren Kreis als Landrätin kandidiert. Ich habe bereits ein Votum vom Vorstand und erweiterten Kreisvorstand, das natürlich inoffiziell, da wir Corona-bedingt noch kein Votum der Kreismitgliederversammlung einholen konnten, aber die Problematik kennt ihr ja wahrscheinlich und euch geht das genauso. Ja, mir ist es wichtig, dass Siegen-Wittgenstein und natürlich die Region Südwestfalen, auch in der Bundespolitik vertreten sind und als Dorfkind kenne ich die Bedürfnisse der Menschen, die auf dem Land leben und diese Regionen, die bringen so viel Potenzial mit, einen grünen Wandel herbeizuführen und wir haben jetzt die einmalige Chance, uns in unserer Gesellschaft ganz neu auszurichten. Wir können uns Fragen stellen, wie wollen wir in Zukunft leben, wie wirtschaften. Die Frage nach der Gestaltung unserer Gesellschaft stellt sich durch Corona ganz neu und wir sollten jetzt den Mut haben, neue Wege zu gehen. Unsere Partei stellt die richtigen Fragen und dringt stets um die richtigen Antworten und meine Themen sind unter anderem Bildung, Hochschulpolitik, Forschung und Bildungsgerechtigkeit und ich finde es eine Katastrophe, dass wir in dieser Pandemie eher einen Impfstoff entwickeln konnten, als zuverlässige digitale Konzepte für Schulen und Hochschulen zu entwickeln. Genauso katastrophal ist es, dass seit Monaten an den Parlamenten vorbeiregiert wird. Auch auf kommunaler Ebene fallen Gremien in den Räten und Kreistagen aus. Und was kann bitte systemrelevanter, um diesen Begriff zu benutzen, systemrelevanter sein als die politische Gremienarbeiten, als die Demokratie selbst. Das kann so nicht bleiben. Grüne Politik ist zuverlässig, lösungsorientiert, nachhaltig, solidarisch und sie hat den Menschen im Blick. Und dafür möchte ich mich auch einsetzen und deshalb bewerbe ich mich um das dritte Frauenvotum und bitte um euer Vertrauen.